Mein Name ist Lenny, ich bin neun Jahre alt und wir sind hier in Hessisch-Eulendorf an der Grundschule am Rosenbusch. An dem Friday ist toll, dass wir uns selber Sachen ausdenken können. Damit irgendwann die Welt wieder sauberer ist. Man kann Bücher lesen, auf iPads recherchieren, in dem Computerraum Sachen ausdrucken oder Plakate einlaminieren und sie in der Schule aufhängen. Man hat endlos viele Möglichkeiten etwas zu machen. Dann haben wir ein Insektenhotel gebastelt aus einer alten Dose. Wir haben über den Klimawandel geredet, über Rassismus. Und wir wollen, dass alle Schulen und alle Länder das machen, was wir jetzt machen. Weil sonst hier wird die komplette Umwelt irgendwann komplett mit Schmutz sein und lieber aufräumen. Wir sind dafür zuständig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017